Es ist unglaublich, Robert Habeck, ein Minister, missbraucht seine Macht für persönliche Abrechnungen. Robert Habeck zeigt einmal mehr, wie weit er bereit ist zu gehen, um Kritiker zu verfolgen und dabei womöglich auch noch Profit zu machen. Der grünen Politiker arbeitet nun mit der Abmahneragentur Soudan zusammen. Eine Firma, die Skrupulos das Netz nach vermeintlichen Hasskommentaren durchsucht, mit einer künstlichen Intelligenz, die offenbar jede kritische Stimme gegen Habeck potenziell kriminalisieren soll. Das Geschäftsmodell dieser Agentur ist perfide. Kommentare werden automatisiert, gesucht, Strafanzeigen werden vorbereitet und zivilrechtliche Forderungen werden direkt, ja sofort angehängt. Am Ende profitieren sowohl die Agentur als auch der Auftraggeber finanziell von der Strafverfolgung. Dass sich ein hochrangiger Politiker wie Habeck auf solch ein fragwürdiges System einlässt, ist ein politischer und moralischer Skandal erst in Ranges. Wenn du neu auf dem Kanal bist, lass gerne mal ein Abo da. Habecks Vorgang nämlich zeigt, wie sehr an Kritik an seiner Person als persönliche Kriegserklärung auffasst. Ein schockierendes Beispiel dafür war seine Strafanzeige gegen einen 64-Jährigen, Stefan Niehoff, der lediglich ein satirisches Meme über Habeck repostete. Das Ergebnis eine Hausdurchsuchung wegen eines Memes. Diese autoritäre Vorgehen gegen einen Bürger, der von seinem Recht auf Meinungsfreiheit gebraucht machte, lässt er ahnen, wie Habeck seine Machtposition versteht. Kritiker sind Feinde, die zum Schweigen gebracht werden müssen, ohne Rücksicht auf Verluste. Doch es bleibt nicht bei Einzelfällen. Bereits zwischen April und Juli 2023 ließ Habeck über 700 Strafanzeigen stellen. Hochgerechnet könnte er mit der Unterstützung von so dann bis Sommer 2024 fast 400.000 Euro an Entschädigungen einkassieren. Ein Bundesminister, der sein Amt dazu benutzt, Geld aus angeblichem Online-Hass zu schlagen, das ist moralisch, verwerflich und politisch brandgefährlich. Leute, teil das Video. Jeder soll es erfahren. Die Zarze, dass Habeck nun auch eine KI einsetzt, um gezielt nach Kritiker zu suchen, ist nichts weniger als ein Angriff auf die Meinungsfreiheit in Deutschland. Ein Minister, der die Ressourcen der Justiz dafür nutzt, Kritiker und Bürger zu kriminalisieren, missbraucht nicht nur seine politische Macht, sondern zerstört das Vertrauen in demokratische Grundwerte. Habecks Verhalten gleich dem eines autoritären Herrschers, der keine Kritik duldet und dabei auch vor finanzieller Ausbeutung nicht zurückschreckt. Statt eine Kultur der politischen Debatte zu fördern, setzt er auf Einschüchterung, Strafverfolgung und Abkassieren. Der Schritt von der Meinungsfreiheit zur Überwachungsdiktatur scheint mit solchen Methoden nicht mehr weit entfernt zu sein. Leute, aufwachen. Teilt ihr das Video, dass der letzte ARD- und ZDF-Zuschauer auch endlich aufwacht.